Mit Shorts können Männer ihr bestes Stück modisch und praktisch verpacken. Wir sagen euch die Vorteile und zeigen euch unterschiedliche Modelle, damit ihr auch eure Favoriten leichter findet. Boxershorts verdanken ihren Namen der ursprünglichen Entwicklung für die Boxsportler. Sie sollten im Kampf beweglicher sein, sodass man den dehnbaren Hosenbund erfand und damit die Boxershorts geboren war. Zudem sollte die Shorts im Unterschied zu herkömmlichen Unterhosen mehr Freiraum bieten. Sie bekleiden einen Teil des Oberschenkels, sodass Penis und Hoden einfach mehr Platz haben. Klassische Boxershorts sind eher locker geschnitten, was ein Mehr an Beinfreiheit bedeutet. Die modischeren Shorts heutzutage fallen eher enger und damit auch körperbetonter aus. Früher brauchten Männer für das Entkleiden mit Hosenträgern und Co. relativ lange. Das war besonders dann unpraktisch, wenn es schnell gehen sollte oder ein dringendes Geschäft anstand. Damit er sein bestes Stück in solchen Fällen einfacher erreichen kann, wurden die Shorts mit Knöpfen und Eingriffen versehen. Heute ist das Ausziehen weit weniger kompliziert und diese Elemente sind meist nur zu zierder aufgenäht. Ob schlicht oder eher extravagant, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Und es schadet auch nicht, einfach mehrere Stilrichtungen im Schrank zu haben. Die Unterwäsche sollte idealerweise geschmackvoll und gleichzeitig typgerecht gewählt werden. Dazu ist vorher abzuklären, welches Modell zu welchem Mann am besten passt. Grundsätzlich eignen sich langgeschnittene Shorts am besten für große, kurzgeschnittene Shorts am besten für kleinere Männer. Der Trick ist, dass knappe Shorts optisch die Beine strecken, sodass sie länger wirken. Darüber hinaus können hochgeschnittene Shorts einen kleinen Bauchansatz kaschieren. Tiefgeschnittene Modelle zeigen mehr und sehen deswegen an durchtrainierten Männerkörpern besser aus. Nach der Passform wählt man das Material nach der eigenen Vorliebe, aber auch der persönlichen Aktivität. Baumwolle beispielsweise ist atmungsaktiver als Synthetik und daher beim Joggen die bessere Alternative. Doch Synthetikmaterial fühlt sich sehr angenehm auf der Haut an und behält auch in Aktion die Passform bei. Insofern haben verschiedene Materialien auch unterschiedliche Vorteile und sollten dem Anlass entsprechend gewählt werden. Die Kombination von weißer Hose und dunkler Unterwäsche ist eher ungünstig, weil die Shorts durchscheinen könnten. Besser sind dann helle Stoffe geeignet, wie zum Beispiel diese Shorts in reinem Weiß. Boxershorts in schwarz oder blau sind zeitlos, sodass man damit immer richtig liegt. Andere Modelle sind da durchaus gewagter und eignen sich auch für speziellere Anlässe. Zum Beispiel bestehen manche aus einem sehr schimmernden Stoff, der einen Metallic-Effekt erzeugt. Auch Liebhaber von Tarnfarben kommen mit diesen Shorts im Army-Look auf ihre Kosten. Diese Shorts im Netz-Look sind sowohl für eine Motto-Party als auch für den Besuch im Swingerclub geeignet. Weil sie teilweise transparent sind, können sie die Fantasie ordentlich anregen und Lust bereiten. Auch einen sexy Striptease kann man sich doch ohne sexy Unterwäsche kaum vorstellen, oder? Egal ob als professioneller Tänzer oder blutjunger Anfänger. Der Gesamteindruck zählt. So wird das Ausziehen zum Augenschmaus und enthüllt am Ende etwas ganz Besonderes. Übrigens auch Männer freuen sich über Geschenke, vor allem dann, wenn sie nicht damit rechnen. Wenn man zum Beispiel selbst den Wunsch hegt, den Partner in Boxershorts zu sehen, dann kann man sie auch einfach verschenken. Eine solche Überraschung ist auch weitaus angenehmer, als den jetzigen Stil zu kritisieren. Klarer Vorteil eines Geschenks ist auch, dass beide Seiten direkt etwas davon haben. Während der eine ein schickes Kleidungsstück bekommt, kann sich der andere sofort am Ergebnis erfreuen. Natürlich kann man auch schon bekennenden Shorts-Trägern auf diese Weise eine Freude machen. Zumal Männer, genau wie wir Frauen, doch an Unterwäsche nie genug Auswahl haben können. Mit dieser Übersicht werdet ihr sicher eure eigenen Favoriten leichter finden. Und wer weiß, vielleicht gefallen sie euch am Ende so gut, dass ihr sie gar nicht mehr ausziehen wollt. In dem Sinne wünschen wir euch aber erstmal viel Spaß beim Anprobieren. Und freuen uns, wenn ihr diesen Kanal jetzt kostenfrei abonniert.